Das ist ein richtiges Auto. Das ist besser als gestern, ja? Ja. So, noch ein Foto hier. So, kann ich wegkommen? Okay. Sehr gut, sehr bestimmt, dass du eine Bucke im Bucke ausfüllen. Du hast einen Bucke mit dem Bucke ausfüllen. Ich bin der Bucke. Beacke, dass das nicht die Bucke ausfüllen. Okay, sehr gut, dass der Bucke ausfüllen. Auch nicht der Bucke ausfüllen. Ein Foto, die Bucke ausfüllen. Das ist alles. Ja, das ist alles. Es ist ein Foto. Es ist die Bucke ausfüllen, Bremse nicht betätigen, wenn du runterkommst, also nur langsam fahren, dann springt das ganze Auto, also nur Bremse nicht betätigen, wenn sie runterkommt, nur ein bisschen langsam auf dem Gas, nur langsam. Wenn du raufst, wenn du raufst, also nach oben, dann ein bisschen Gas geben kannst du nicht, aber unten keine Fremdung. Hallo Sylvie, hallo, kann ich mir erst mal los? Ja, okay. Jetzt los? Ja, einmal. Wo müssen wir langfahren? Ja, Wüste. Eine Wüste. So, kannst du hier ein Foto machen, hier geht es? So, ich mache noch ein Foto mit euch, kannst du das runterkriegen. Sven, er nimmt ein offizielles Foto, ja? Ja. Dass die wiederfinden in der Wüste. Sven, Sven, Sven. Ja, er sagt, ich komme nicht zu Hause. Okay. So, okay, stop. Ja! Da bin ich noch da! Ich bin nicht der Maske. Ja, Sven. Ich bin ja schon mal. Jawohl! Untertitelung des ZDF, 2020